Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den die besten Autostarthilfetest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Titel können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die DinoCraft Paket. Das beste Autotauchgang Starter wurde das Modell von DinoCraft Paket. Das Gartget überzeugt mit einem tollen Geräten und eine effektive Batterie, die eine Fähigkeit von 18.000 mal nach Angaben des Herstellers. Dies gilt nicht eher, als es im Test landete erstellen kann. Dennoch können ca. 20 Startversuche mit voller Stromstärke durchgeführt werden. Es eignet sich als ein PKW und LKW Abhilfe für Kraftstoffmotoren ca. 8 CCM und diese Motoren etwa 7,5 CCM. Tiefere entladene Batterien können auch durch die Erhöhung der Funktion aufgeladen werden. Die AB unterstützen bestehende insgesamt bis zu maximal 600 A und eignet sich natürlich ebenso für andere Fahrzeuge mit 12 V-Bordnetz. Mit einem Gewicht von nur 615 Gramm ist das desig noch etwas Licht und Maßnahmen. Nur 23 B 8,7 B 2,8 cm. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Annepro. Das desigendes Jabe ist eine relativ kostengünstige Autos- und LKW. Springen beginnen mit Powerbank, die ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis verwendet. Es arbeitet mit einen Spitzenstrom von 1200 A, so dass die Anwendungsgebiete wirklich breit sind. Zum gleichen Zeitpunkt hat Schnelllade-USB-Ports A und C. Es hat eine integrierte Taschenlampe mit SOS-Licht und auch umfassend gegen Schäden gesichert. Ist neben der Explosion- und Verpolungsschutzsicherheit Kurzschluss über Temperatur, über Spannung, über Strom, Tiefentladung und über Strom. Verteidigungssysteme sind ebenfalls erhältlich. Die integrierte LED-Taschenlampe hat 4 Modi und das ganze Gehäuse des Gartges ist wunderbar vor Wasser und Staub nach Schutzklasse IP68. Gesichert. Das Ladegerät wird dadurch ideal für den Einsatz auf Boden. Auf Platz 3, haben wir die Autostarthilfe. Das desigendes Jabe ist ein ziemlich low-cost-Fahrzeuge-Tauchen-Anfang. Mit Powerbank, die ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Es arbeitet mit einem Spitzenstrom von 1200 A, so dass die Anwendungsgebiete sehr breit sind. Zum gleichen Zeitpunkt hat Schnelllade-USB-Ports A und C. Es hat eine integrierte Taschenlampe mit SOS-Licht und ebenso umfassend vor Beschädigungen geschützt. Neben Explosion- und Verpolungsschutzschutz, Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Tiefentladung und Überstromschutzmechanismen werden ebenfalls angeboten. Die integrierte Lädtaschenlampe hat 4 Modi und die gesamte Immobilie. Des Geräts ist wunderbar vor Wasser und Staub nach IP68 Sicherheitsklasse. Gesichert. Das Ladegerät wird dadurch ideal für den Einsatz auf Boden. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Sisa-Seifenbeutel. Der Tauchgang-Beginnen-Gerät aus Annepro überzeugt im Test durch eine starke Effizienz und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit 15.000 Mal bei einem maximalen Strom von 600 Ohm-P eignet sich die Batterie ab Dieselmotoren etwa 3,5 Liter Hubraum und mehr als 5 Liter Benziner. Das Gerät bietet auch umgekehrte Polaritätssicherheit, Überspannungsschutz und Sicherheit im Vergleich zu kurzen Schaltungen und Überlastungen. Je nach Ihren Bedürfnissen, wechselt das Gerät in einem von zwei Modi. Es gibt auch einen Laptop 19 Volt Anschluss und zwei 5,1 V. 5 Volt USB-Anschlüsse zum Laden einer Vielzahl von Elektrogeräten. Wie die anderen Modelle auch der Annepro Akku eine integrierte Lädtaschenlampe. Machen es einfach, auch am Dunkeln zu verwenden. Eine wiederkehrende Ladeanzeiger ist installiert, damit Sie die verbleibende Ladung schnell und einfach überprüfen können. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Auto-Starthilfe. Das Gartget von Autowin fungiert als eine Powerbank mit einer Fähigkeit. Laut Hersteller eine glückliche 21.000-Mal und einen mächtigen Tauchgang-Start mit einem Spitzenstrom von 1.000 A an der exakt gleichen Zeit. Die Fähigkeit kann nicht bestätigt werden. Beim Laden, die echte Mal sind jedoch viel geringer. Die Verarbeitung ist sehr sauber, da das Gehäuse stoßfest und robust ist. Dank intelligenter Verteidigungssysteme. Wie Überspannung, Verteidigung, Kurzschlussschutz und Überhitzung. Verteidigung, das Gerät ist langlebig und sicher. Darüber hinaus gibt es waren gleichzeitig Signale, wenn etwas nicht falsch verknüpft wurde. Alle Autos können mit 12V an Bord-Elektronik, die bis zu 40 Mal, auch bei kompletten Strom getan werden, begonnen werden. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.